Und jetzt haben wir bitte mal, ich stehe. Okay. Jetzt stieh ich dran. Das war's. 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 Jetzt kommt er wieder zurück. Also, er ist ja nicht ganz geputzt. Jetzt blitzt er noch. Er fliegt, wo er irgendwie so lebt. Schrecklich. Nein, sehen wir nicht. Das ist einfach gefährlich. Oh, jetzt sehen wir. Da oben rein, da. Ah, ja. Okay. Okay. Jetzt kommt es wieder nach rechts. Jetzt kommt es wieder nach rechts. Jetzt kommt es wieder nach rechts. Jetzt geht es wieder nach rechts. Jetzt kommt es wieder nach rechts. Der Flugzeug hat den ersten Flug gemacht am 1. April 1905. Das erste Flugzeug wurde im späten berühmt worden. Untertitelung des ZDF für funk, 2020 Du kannst Schatzmarsch in den Sitzmarsch aufpassen. Das ist eine Schaffungsschaffung. Ich hoffe, er sei ein richtiges Flugzeug. ...auf den Betrieb freundet er ausgerufen in Düdendorf. Der Pilot des Flugzeuges ist Urs Fogersag, vonpunkte Deine Sitzmarsch, von dem Wachstooflosag. Das Construc-Zug wurde dead. Das war's für heute. So Ivo, auf die Seite, aus der Wärts. Rundfunk Untertitelung des ZDF, 2020